Liebe Freunde und Vörterer unseres Radios, der Brauch, einen jahresheigenen Silvester zu ziehen, hat sich bei uns im Radio eingebürgert. Das Ehepaar Wundrak sendet von Mitternacht bis 6 Uhr in der Früh und es rufen so viele Leute an, dass man die ganzen Stunden hindurch dieser Tätigkeit, einen jahresheigenen zu ziehen, nachgehen kann. Das habe ich im letzten Jahr auch getan. Es hat bei mir die Katharina Laboree getroffen, eine heige Vincentinerin. Ihr Leib ist unverwäst, in der Rue de Bac in Paris ist er beigesetzt. Sie hat von der Kirche anerkannt die Erscheinung der Mutter Gottes im Jahr 1830 gehabt. Bei der zweiten Erscheinung kam die Mutter Gottes und sie sah in einem ovalen Rahmen um die Mutter Gottes herum eine Schrift. Die lautet, O Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Sie hörte eine Stimme, lass nach diesem Vorbild eine Medaille prägen. Für jene, die sie tragen, werden die Gnaden groß sein. Dann hat sie das Bild gedreht und auf der Rückseite sah sie ein M für Maria, einen Querbalken durch das M und darauf ein Kreuz stehend und darunter die beiden Herzen Jesu und Marien, jeweils von einer Dornenkrone bzw. von einem Schwert durchbohrt. Mit dieser Jahreseigen war der Auftrag verbunden. Ich sollte die wundertätige Medaille bei den Menschen bekannt machen. Nun, große Heilige, Don Bosco, Maximilian Kolbe, Heike Teresa von Calcutta haben das ja getan. Sie haben immer und überall, wo sie waren, die sogenannte wundertätige Medaille verteilt. Sie wurde wundertätig genannt, weil sich ganz auffallende Bekehrungen und Heilungen ereignet haben, überall dort, wo die Menschen sie, wie die Mutter Gottes sagte, mit Vertrauen getragen haben. Elf Monate gingen ins Land, es wurde November und schon bald wieder Zeit, den nächsten Heiligen oder die nächste Heilige zu ziehen und ich hatte nichts getan, wirklich nichts. Ich habe mich geschämt und dann kam mir in Erinnerung, auch wenn das kein gebotener Gedenktag der Kirche ist, der 27. November ist der Gedenktag unserer lieben Frau von der wundertätigen Medaille. An diesem Tag war auch die Sendung am Mittwoch Hörer im Gespräch mit dem Programmdirektor. Also habe ich mich schlau gemacht, einige Bücher mit großartigen Heiken und Zeugnissen im Zusammenhang mit der wundertätigen Medaille gelesen und diese dann auf Sendung gebracht. Ich denke auch an einen Mitbruder, der hier sehr abweisend war und einmal so eine Medaille geschenkt bekommen hatte, ohne einen Kommentar abzugeben, hatte er diese ziemlich unwirsch in das Handschuhfach seines Autos gelegt. Dann hatte er einen sehr schweren Autounfall, das Auto hat sich mehrfach überschlagen. Als er dann wieder zu sich kam, er war natürlich dann benommen, hat er festgestellt, dass ihm überhaupt nichts gefehlt hat, während drumherum alles nur kaputt war. Das Handschuhfach hatte sich geöffnet, die Medaille lag auf seinem Schoß. Dieses Zeichen hat er dann schon verstanden und von daher hat er aufgehört, dagegen zu argumentieren. In früheren Zeiten war das Verteilen von Medaillen eigentlich in unserer Kirche etwas Normales, etwas Selbstverständliches. In den 70er, 80er Jahren ist allerdings eine große Skepsis, ein Rationalismus in Bezug auf diese Art von Spiritualität aufgekommen. Ich denke hier an das, was ich in den Vorlösungen in dieser Zeit gehört habe, dinghafte Heiligkeit, Medaillenfrömmigkeit, das wurde nur mit anzüglichem Spott behandelt. Also die Herren Professoren haben wenig bis gar nichts davon gehalten. Und es ist ja auch nicht ganz verkehrt, dass da eine gewisse kritische Sicht eingekehrt ist, denn diese Medaille ist ja kein Fetisch. Sie ist kein Amulett. Ein Fetisch funktioniert so, indem ich das einfach trage, einen Gegenstand, der vielleicht besprochen worden ist, und der wirkt aus sich heraus, ganz egal, ob ich daran glaube oder nicht. Und das ist eben nicht der katholische Standpunkt. Nochmals, mit Vertrauen tragen. Es ist keine Automatik. Es geht schon darum, dass ich sozusagen als Relay für Gott meine persönliche Hinge, meinen Glauben einschalte und dass Gott dann wirkt. Nun, bei der Vorbereitung dieser Sendung habe ich gelesen, dass Personen, die leiblich gelitten haben, diese Medaille an eine bestimmte Körperstelle, wo es wehgetan hat, aufgeklebt haben. Ich habe mir gedacht, sieht ja keiner, also mache ich es auch. Und ob sie es nun glauben oder nicht, mehrere Ärzte, darunter auch Koryphäen, auf ihrem Gebiet haben mir mitgeteilt, sie werden um eine OP an dieser Stelle nicht herumkommen. Ich möchte jetzt nicht im Einzelnen meine Krankheitsgeschichte ausbreiten, um was es da konkret ging. Auf jeden Fall hat das so geschmerzt, wenn ich nur mit dem Finger diese Stelle berührt habe, hat es wirklich richtig wehgetan. Es war eine Sportverletzung, die ich da mal vor einiger Zeit davongetragen habe. Okay, ich habe das aufgeklebt. Nach ein paar Tagen wird es besser und nach ein paar Wochen ist es ganz weg. Mittlerweile ist fast ein Jahr verflossen und es ist nie mehr wieder zurückgekehrt. Ich war perplex. Sie wissen, dass ich mich manchmal über Theologen und Bischöfe ärgere, wenn sie nach meiner Auffassung zu wenig Bekennermut haben. Es wäre wichtig, in unserer Zeit Freimut zu haben, wie es das Evangelium, wie es die Apostelgeschichte formuliert. Und mir fehlt das manchmal sehr schmerzhaft. Und es war mehr, als ob dann Gott zu mir gesagt hat, warum kritisierst du die anderen? Dir selber fehlt doch auch der Bekennermut. Du hast jetzt wirklich etwas erlebt, dass Gott dir etwas weggenommen hat, was dir vielleicht sonst eine schmerzhafte Operation eingebracht hätte, mit entsprechender Auszeit und Rekonvaleszenz. Du hast selber nicht den Mut davon zu sprechen. Warum kritisierst du andere? Also die Geschichte mit dem Balken im eigenen Auge und dem Spilder im Auge des Bruders. Nun, ich habe das erlebt, das war so, das weiß ich, ich stehe dazu. Egal, was Sie jetzt darüber denken und vielleicht jetzt ja das irgendwie einsortieren, das habe ich erlebt. und wie gesagt, dazu stehe ich auch. Die Wintermonate sind sehr wichtig im Hinblick auf ihr Gebet und ihre Spenden. Bitte vergessen Sie Radio Horeb nicht. Ich weiß, die Inflation hat schon ziemlich die Kassen auch geleert, aber das Radio muss auch weiterhin bestehen und überall bekomme ich Zeugnisse, dass der Dienst, den wir an den Menschen leisten, immer besser wird. Es ist ja mittlerweile nicht nur ein Radio-Unternehmen, das sind ja auch multimedial unterwegs mit Videos, mit Social Media und vielen anderen Bereichen. Ich freue mich, Ihnen den Segen spenden zu dürfen. Es segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit.